Die anhaltende Fede zwischen den königlichen Brüdern und ihren Frauen hat eine beruhigende Wendung genommen, als J.B.H., die offene Co-Moderatorin von The View, während ihrer Show eine überraschende Offenbarung machte. Baha behauptete, dass die Weihnachtskarte von Prinz Harry und Meghan Markle für 2023 angeblich ein schlecht ausgeführter Photoshop-Auftrag unter Verwendung eines Original-Familien-Fotos von Prinz William und Kate Middleton gewesen sei. Baha, die für ihre unverblümte Kritik an den Sussexes bekannt ist, präsentierte ihrem Publikum einen direkten Vergleich der beiden Karten, wobei sie sowohl die auffälligen Ähnlichkeiten als auch die bemerkenswerten Unterschiede hervorhob. Baha argumentierte, dass Harry und Meghan auf eine Fotobearbeitungssoftware zurückgegriffen hätten, um die Gesichter von William und Kate aus dem Originalbild zu löschen und durch ihre eigenen zu ersetzen. Auch den Hintergrund verendeten sie bewusst und fügten festliche Elemente hinzu. In Baha's Worten, es ist offensichtlich, dass sie die Karte der Cambridges kopiert haben, weil sie keine eigene Originalität oder Kreativität haben. Wollen so verzweifelt mit William und Kate konkurrieren, die die echten Royals sind, dass sie sich auf jeder Ebene beugen, um Aufmerksamkeit und Sympathie zu bekommen. Baha hörte hier nicht auf, sie machte sich weiter über die Wahl der Kleidung von Harry und Meghan auf der Karte lustig und deutete an, dass sie eher für eine Beerdigung als für eine Feiertagsfeier gekleidet erschienen. Dies stand im krassen Gegensatz zu William und Kate's eher lockerem und fröhlichem Auftreten, das zu ihren drei Kindern Prinz George, 10, Prinzessin Charlotte, 8, und Prinz Louis, 5, passte. Nach Ansicht von Baha verbargen Harrys und Meghans äußerer Versuch, Glück darzustellen, tiefere Gefühle von Elend und Bitterkeit. Sie warf dem Paar vor, dass sie sich von ihrer Familie, ihren Freunden und ihrem Heimatland entfremdet hätten, was ihnen nichts als eine Reihe von Klagen und Netflix-Deals hinterlassen habe, die ihrer Meinung nach niemanden interessieren. Baha stellte auch die Authentizität der Nachricht auf Harrys und Meghans Karte infrage, die von unserer Familie an ihre frohe Feiertage wünschten und im Namen ihrer Teams bei der Archival Foundation, Archival Audio und Archival Productions Grüße überbrachten. Sie hielt es für ihr an Firmenmemo als eine herzliche Begrüßung und fügte hinzu, dass sich die Erwähnung von Teams offenbar nur auf eine Liste von Anwälten und BR-Agenten beziehe. Für Baha war der Kontrast klar, Charles und Camilla waren echte Persönlichkeiten, die angesichts von Widrigkeiten an Mut und Mut bewiesen und ihr Leben dem Dienst an ihrem Land und ihrem Volk widmeten. Im Gegensatz dazu betrachtete sie Harry und Meghan als Möchtegern und Häuschle, die zu einer Schande und Enttäuschung geworden seien. Baha beendete ihren leidenschaftlichen Abschnitt, indem sie Harry und Meghan aufforderte, bei The View aufzutreten und sich zu erklären, und erklärte, dass sie die Gelegenheit genießen würde, sie persönlich zu konfrontieren und ihre angebliche Täuschung aufzudecken. Harry und Meghan, wenn ihr euch das anseht, fordere ich euch auf, bei The View vorbeizukommen und mir gegenüber zu treten, verkündete sie. Ich habe viele Fragen an sie, und ich bin sicher, dass das amerikanische Volk dies auch tut. Sie schulden uns eine Erklärung und eine Entschuldigung für ihre Täuschung und Respektlosigkeit. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. Ich warte auf dich.